Von wem will ich da überhaupt sprechen? Darüber muss ich mich mit mir verständigen. Erstmal würde es sich ein Schweigen anbieten. Es wäre mir lieber, es macht keine Arbeit. Blind sein, auch sehr praktisch. Und der König, er schlägt den Seher, damit er, the King, selber blind werden kann. Was, der König blind und sein Untertanen auch, alle, blind. Der Seher, der Seher, ja, auch blind. Ja, wer sieht denn dann noch was in diesem Land, das so viele beherrscht?